Musik Guys, ich befinde mich hier in dem Nordwesten von Marrakesch Und ich habe einen Bärenhunger, aber irgendwie haben alle Läden hier geschlossen Aber wir fragen mal die Einheimischen, vielleicht wissen die Bescheid Assalamu alaikum, Khoya Ich habe eine Frage, sprichst du Englisch? Ein bisschen Ich schaue ein Restaurant, um zu essen, weil so viele Restaurants sind dicht Ah, denn heute ist es hier, du kennst das? Nein Alles ist dicht, oder? Ja, ja, alles ist dicht Und nichts ist offen? Ich denke nichts Aber es gibt keine Restaurants, die offen sind? Nein, es gibt keine Restaurants, ja Ah, okay Aber Aber Du bist hier oder hier? Ja, ja, ja Ja, ich bin hier Ja, ich habe Airbnb hier Ja, ich bin allein Ja, ich bin allein Ja, ich bin allein Ja, ich bin allein Du bist allein? Ja, was ist dein Name? Vladi Vladi? Mohamed Mohamed Ja, das ist ein Video Du bist hier Ja, ich bin einfach In wir Menschen In den Ich bin Okay Mit mir und meinen Freund Es ist okay? Ja, es ist okay, weil ich, mein Leben ist Es ist okay, weil ich leid einfach in meiner Lande Ah, okay Es ist okay für dich? Und was für dich? Was für? Das ist Pagia Du hast es nicht mit Pagia? Nein Nein Okay, es geht Danke, danke. Ich bin hier gerade für die Pharmacische. Ich habe die Medikament. Wo bist du? Ich bin von Deutschland. Und du bist hier in Marrakesch? Ich bin nicht hier. Aber ich bin hier für ein Studium. Ja. Aber... Welche Weg? Hier? Was ist hier? Assalamu alaikum. Wow, was eine schöne Straße hier, nicht wahr? Ja, es ist traditionell. Ja, dieses Gebäude ist wirklich... ...nichter. Schön, nicht wahr? Ja. Was hast du studiert? Studiert viel. Ich habe das Studium in 2017. 20 Jahre. Ah, okay. So, du bist ein Studium, nicht wahr? Ich habe das Studium. Jetzt arbeite ich im Hotel. Okay, so... Das ist... Ja, aber du bist ein Studium? Und du arbeitest in der Hotel? Ja, denn hier in Marrakesch ist es schwierig, zu finden, die Arbeit zu finden. Ah, ja, ich verstehe. Ja. Das Leben hier in Marrakesch ist... Hier? Ja, es ist hier. Okay. Abonniert den Kanal. Okay, Leute, ich vertraue dir mal. Ich hoffe nicht, dass du mich ausraubst. Ich hoffe, dass du mich nicht ausraubst. Nein, nein, nein. Okay. Willkommen zu meinem Haus. Danke, danke. Das ist dein Apartment? Ja. Ah, ein schönes Bild. Ja. Das ist... Das ist toll. Ja, das ist wirklich toll. Ja, das ist wirklich toll. Es sind überall. Ja, das ist... Für meine... Für mich? Nein, das ist für meine Eltern. Ich komme hier mit den Kindern. Ah! Ich verstehe das und... Ja, ich verstehe. Hier. Ja. Und das? Einfach so ein alter Cowboy Schuh. Ah! What's that? Just a... Putch. I love this design and style. And I putch. And this you painted? No. This is my... Friend. Is in the UK. Yeah. Yes, and... I live here in two years. With my mother friend. Und sie machte das. Ja, hier ist ein schönes Ort. Tell me about Tajini. Was ist Tajia? Das ist Tajia. Ah, okay. Das ist groß. Aber Tajia braucht ein Ort für traditionelle Ort. Ja, okay. Aber jetzt ist es offen. Und es braucht lange Zeit. Okay, ich verstehe. Ich habe es nur hier gekocht. Aber Tajia ist mit welchem Art? Ist es Fleisch oder Fleisch? Ich weiß es nicht in Englisch. Es ist wie Fleisch. Ah, es ist in Englisch. Ja, in Englisch. Ja, in Arabisch ist es dick rum. Dick rum. Ja, dick rum. Okay, dann sehen wir, wenn du bereit bist. Ja. Okay Leute, Mohammed hat alles vorbereitet hier. Okay. Das ist das Fleisch, oder? Wow, was ist das? Das ist... Ah, verrückt. Ich weiß es. Ja, das ist fermentiert, oder? Ja. Aber es ist sehr salzig. Ah, großartig. Und lange Zeit. Ja. Das ist fermentierte Zitrone. Ja, weil ich jetzt hier nicht salzig. Nur das. Ah, das ist okay. Okay. Ja. Weil hier nicht salzig. Okay. Ja, verstehe. Ja. Ich habe nie gesehen, wie... fermentiertes Lemon. Sie wissen? Sicher auch zum ersten Mal fermentierte, eingelegte Zitrone. Hast du das in deinem Land? Nein. Und was ist das? Kümmel. Kümmel? Ja. Ah, ja. Ich weiß es. Ich weiß es. Es schmeckt wie Marokko. Was noch? Was ist das? Ah, das ist Garlick. Garlick? Ja. Knoblauch. Knoblauch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Du sagst mir, wie lange du hier bist? Seit Freitag bin ich hier. 6 Tage jetzt. 6 Tage. Ja. Ja. Das ist das erste Mal in Marokko. Ja, ja. Ja. Du gehst in ein anderes Land? Ja, natürlich. Ja. 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 Du gehst in ein anderes Land? Ich gehe nicht in ein anderes Land. Nein? Du gehst ganze Leben in Marokko? Ja. Wow. Aber ich will nicht in ein anderes Land. In welches Land? In welches Land? In Deutschland. Ja. In Deutschland ist sehr gut. Marokko ist gut? Ja. Ich liebe Marokko. Ja. Ja. Ich will jetzt nach Marrakech. Jetzt. Du kennst das? Ja. Zafran, natürlich. Ja. Ist das echt Zafran? Ja. Ist das echt Zafran? Ist das echt Zafran. Und du kennst das? Ja. Gib mir ein bisschen. Ein bisschen. Und du machst es so? Chef? Schau? 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 Insel Guess Ja. Und wenn es nicht Zafran ist, dann irgendwann ei close! reliecht es Euch nicht. Ja. Und neuer Matthäusiner? Ja. İşte in ... Na hier. Und Wasser. Ja. Und diesen? Oh, dann wird jetzt bien Zafran sein, richtig? Einmal hier, wenn man die Farbe verändert hat, ist nicht real. Ja, das ist real. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Nicht eine andere Farbe. Ja, ja. Ja. Also ist es real? Ja. Oh, danke Gott. Das ist natürlich. Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Aber es ist sehr günstig. Ja, ich weiß. Was ist das? Oliven. Olivenöl. Ja, in meinem Stadt, die Seragna ist nahe. Es ist sehr gut. Was ist das? Was ist das? Ah, Lorbeerblatt. Ja, in Deutsch. Aber ich habe vergessen, wie man es in Englisch sagt. In Englisch? Ich weiß nicht. Das? Du kennst das? Nein, was ist das? Zaatr in Arabisch. Was? Zaatr. Was ist das? Ah, Rosmarie. Ah, Rosmarie. Ja, ich weiß das. Ja, ich weiß das. Wie ist das in Arabisch? Zaatr. 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 Ja, Zaatr. 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 So, das ist alles? Ja. Ja, das ist alles. Und wie lange? Ich denke, 2 Stunden. Oder 1 Stunde. Ah, okay, okay. 2 Stunden. Weil der Feuer ist sehr klein. Ja, sehr klein. Wenn wir das Feuer aufpassen. Wie? Dieser? Ja. Ja. Ok. Und ... Yes. Und wie? Und nun? Jetzt ist es ein großer Feuer. Ja, ja, verstehe. Also, erstens ist es ein großer Feuer und dann ein kleiner Feuer. Sobald es anfängt zu kochen, dann macht man eine kleine Flamme und dann schmort das ganz langsam vor sich hin. Ich wette drauf, das Zeug wird richtig zart. Nicht Tender, Tender, T-E-N-D-E-R. Tender ist wie, wenn die Flamme sehr schmerzt ist, das ist Tender. Nicht Tender. Hast du Tender? Nein, ich habe Tender, aber ich habe es nicht. Nicht Tender. Nein. Ich mache es mit diesem. Gut. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Okay, verstehe. Das ist jetzt Vakuum. Verschlossen. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Ja, jetzt verstehe ich es. Okay. So, zwei Stunden. Ah, du hast eine andere Wohnung? Ja. Okay, wir sehen. Wow. Ah, okay. Oh, hier. Marokkan Flag. Ja, Marokkan Flag. Ja. Es ist weg. Dima Mgrim. Dima Mgrim. Wie? Dima Mgrim. Dima Mgrim. Dima Mgrim. Viva Marokko. Dima Mgrim. 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 Wir sehen. Ja, Mann. Ja, Mann, es ist gut. Aber es braucht noch ein bisschen Zeit mehr, oder? Äh, nur nicht... nicht lange Zeit. Ja, 10 Minuten oder so. Ja, so. Nur ein bisschen Zeit. Für Speisen ist es nicht hier, weißt du? Ah, Leute. Sieht richtig gut aus. Für... Teste... Salt. Weißt du? Salt, oder? Salt. Ja, Salt. Okay, jetzt mal ein Tres. Ja, Tres. Uh, bin ich gespannt, Leute. Ich brauche es, weil es sehr hart ist. Boah, Mann. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut? Perfekt? Ja. Nur 10 Minuten. Ja. Und... Das ist richtig gut, Alter. Also noch 10 Minuten. Nice. Ja, 10 Minuten. Das war bei dem Chili. Hä? Ja. Guys, wir müssen noch mal raus. Wir müssen noch Brot holen. Hatte Mohammed gesagt. So we need some bread, right? Yes, some bread. Okay. This your friend? Yes, my friend Hassan. Hassan? Hassan, yeah. Nice to meet you, bro. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Nice to meet you. No, no, no. No, no, no. Crazy. Yeah. Crazy. Also Leute, das sind einfach hier Wegens, wo normalerweise Sachen verkauft werden. Die stehen einfach rum und keiner klaut. Obwohl die voll sind mit Ware. Yeah, it's crazy, man. Because there are so many food and nobody steals. Wow. Looks amazing here. Who is that? Who is the sea boys? Who is that? I don't know. You don't know? It's a gang? Gang? No, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Because I don't watch any football. Okay. Ah, okay. Yeah, I see. Ah, well. This is the... What? It's a shop making the... Ah, bakery. Bakery. It's a traditional place. Ah, okay. But I think... Yes, it's open. Are you a traditional bakery? Sure for... For filming. Wait, wait, wait. I will pay, I will pay. How much? No, 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 it's okay. I will pay, I will pay. No. No. She said, don't eat. Okay. Okay. I'm not too much. It's cheap. How much? 10 dirhams? Just... Help your... So... Help your... 5 dirhams. 5 dirhams? Okay. Ich glaube, der hat da 4 oder 5 Brote gehabt für 50 Cent, Alter. Übelst krasse Gegend hier auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall richtig einheimische Feeling in Marrakesch, Alter. Keine Touristen hier. Überhaupt, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Touristen gesehen. So, ihr seid bereit mit dem Essen? Ja. Wow. So, ihr seid bereit mit dem Essen? Ja. Wow. So, ihr seid bereit mit dem Essen? So... Wow. Es sieht aus wie in einem Restaurant. So, ihr seid bereit mit dem Essen. So, ihr seid mit der Hand, oder? Ja. So, ihr seid mit dem Essen. Not echt? No. Ja. Okay. So... Sie sind einfach für ihre 곳. Ah, okay. Also, ihr seid wegen der Ian-Bereine. Und hier, und nach dem Essen, wir können in den Korn und essen zusammen. Wenn man mit der Hand hat, drei Dinge. Fingern. Fingere Ja Okay Ah okay Bismillah Do I have to say Bismillah? Bismillah Bismillah, what does it mean? It's the name of Allah Okay, I will try Okay, just like that and then Yes Here right? Yes But This You can check Yeah You check this Okay, okay Like that, right? Yes, like this Okay And then I have to say Bismillah Bismillah Yeah Man, it tastes really good You're a good cook You don't try this in Medina? Oh man It tastes so delicious Yes How to say Good Yes in German How? Yes 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 Like that? No? He's laughing Yes 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 Okay What happens when it's like that? When I can take my second hand? No, just this Just this Like this And Look You can I show you You can This Yeah Like this I can Okay Or Show Or This Oh Okay Yes It's really hot Yes It's not hot Yes it is Guys I tell you that the meat is so soft So everything takes about two and a half hours to make Tangine Tangia Tangia Wow It's worth it It tastes really good Wow It looks so awesome Now it's finished Alhamdulillah Okay Mohammed I have to go then Okay Okay How much do you want? I give you money For the food No 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 Don't give me No Because me I tell you You can come to eat Yeah But I want to give you money No 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 Don't Don't give me Okay 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 Mohammed Then I will come back tomorrow with tea Okay? Yes you're welcome Okay Thank you Thank you for the food It was really delicious You're welcome Thank you Thank you You're a good guy Thank you Thank you Shukran No No I come with you Ah okay 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 Have I forgotten anything? Okay guys Wow Wow Really nice I actually just wanted to eat something And then He just took me with me And to go home Wow That food was really good Really good Really good I didn't expect it Probably better than Every restaurant Yeah 100% Better than every restaurant But I'm going back now I think I have to go in that direction Yeah Wow Wow Hier sieht es einfach so geil aus Das ist das wahre Marrakesch Wisst ihr Fernab von den Touristenorten Gehe ich Dahin oder dahin Okay guys Ich hoffe euch hat das Video gefallen Dieses Video endet hier Doch das nächste kommt schon bald Wir sehen uns Wie immer In the next one